Ja, hallo ihr Lieben! Welcome to Wild Horses Valley! Willkommen zu Wild Horses Valley! Ich begrüße euch und ich werde euch ein paar Neuerungen zeigen, die es nämlich jetzt hier gibt. Auch hier wird fleißig immer wieder weiter etwas für uns getan und das finde ich richtig, richtig klasse. Ich habe nach wie vor viel Freude daran, auch wenn ich das Spiel etwas länger nicht gezeigt habe. Liegt einfach daran, dass mir die Zeit auch irgendwie davon rennt. Kennt ihr das auch? Ihr wollt so viel schaffen und ihr schafft es einfach nicht. Heute ist aber Wild Horses Valley Tag und da zeige ich euch ein Video dazu. Und wir haben neue Updates bekommen. Ein kleines Inhaltsupdate. So klein finde ich das gar nicht. Wir haben im Spiel einige neue Inhalte hinzugefügt. Die meisten der neuen Inhalte werden in höheren Stufen von 9 bis 14 freigeschaltet. Ein weiteres Update ist bereits in Arbeit und wird dem Spiel in etwa einer Woche hinzugefügt. Bleiben Sie dran! Okay, wow! Es gibt 5 neue Events. 3 neue Quest-Tiere, die wir immer halt eben bekommen, wenn wir da unterwegs sind, im Schritt-Trab-Galopp mit unserer Herde. 9 neue Items. Die habe ich noch nicht sehen können, aber die werden wir sicherlich auch noch erkennen irgendwann. Eine neue Ohrringverzierung für fast alle neuen Pferdemodelle, freischaltbar in Level 14. Jetzt muss ich das mal einmal in Englisch machen. Was ist das? Doch, Earring-Decoration. Okay, wow! Wir können unseren Pferden Ohrringe verpassen. Änderung in Kapitel 5. Der seltsame Verhalten-Storyline. Stute ist jetzt ein Quest-Tier. Okay, dann werden wir uns einfach mal in die Geschichte begeben. Strange Behaviour oder Behaviour, so, und werden die Geschichte nochmal durchspielen. Wir werden sie auf Deutsch übersetzen und, ja, wir werden mal schauen, was da halt eben dann so passiert. Kapitel 1 an einem schwachen Splish-Splash-Zupfen. Du hebst deinen Kopf, als du einige plätschernde Geräusche aus dem nahen Wasserloch hörst. Du gehst ein paar Schritte näher und siehst, dass eine deiner Stuten auf einem schwächeren Herdenmitglied herumhackt. Das ist sehr seltsam. Sie hat noch nie Probleme in ihrer Herde verursacht. Sie erwägen, einzugreifen oder sie es selbst verwalten zu lassen. Wenn sie sich schließlich entscheiden, umzuziehen, hat sich die Situation von selbst gelöst. Du gehst ans Wasser, um dir ein erfrischendes Getränk zu holen und das Herdenmitglied, das von der Stute gehänselt wurde, kommt auf dich zu. Du nickst leise. Es will aus deinem Wasserloch trinken. Du kannst deutlich sehen, dass es immer noch in Not ist. Finde in den Ereignissen Schritt, Rabgalopp, das Ereignis Herden will aus deiner Wasserstelle trinken. Wenn sie das nächste Mal für dieses Ereignis auf Ereignis bestätigen geklickt haben, kehren sie sofort zu dieser Seite zurück. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Herde. Und da habe ich wieder das dynamische Pferdchen mir rausgesucht, weil ich gedacht habe, ich wechsle einfach mal ein bisschen. Und wir gucken mal, wo wir so hinkommen. Da sind wir aber, glaube ich, noch nicht an der Stelle angelangt. Genau. Da müssen wir noch ein bisschen tatsächlich suchen. Oh, schaut mal. Da haben wir hier erstmal ein kleines Bäumchen. Und wir haben neue Früchte. Guckt mal. Wie cool sind die denn? Huch. Ei, ei, ei. Sind das Äpfel? Jetzt bin ich so geflasht davon, dass ich wahrscheinlich... Doch, habe ich es geschafft. What happened? Was sind denn das? Das sind rote Johannisbeeren. Die haben wir jetzt gesammelt. Neue Früchte haben wir also auch im Spiel. Richtig nice. Das sind diese Items, die, glaube ich, neu sind. Ja, cool. Haben wir schon was entdeckt. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Da ist noch was Neues. Ein Peachstone. Pfirsichstein. Okay. Guckt mal. So kommen wir an die neuen Items ran. Richtig cool. Wir können ja gleich mal gucken, ob die irgendwas können. Obwohl ich die auch schön finde, wenn sie nichts können. Einfach so zum Sammeln. Schauen wir doch einfach mal. Hier. Dies ist der Pfirsichkern eines Pfirsichs. Vielleicht finden Sie auf Ihrer Reise eine Gelegenheit, einen Pfirsichbaum zu pflanzen. Okay. Gibt es das? Kann man das irgendwann machen? Hm. Sehr schöne Idee. Dann haben wir hier noch etwas anderes gefunden. Wo ist es denn hin? Wo ist es hin? Wo haben wir es denn? Da war ja noch etwas, was wir gefunden hatten. Die roten Johannisbeeren, glaube ich, ne? Die haben wir doch gefunden. Ach hier. Rote Johannisbeeren. Geben einmal Geschwindigkeit. Gut. Das ist sehr gut. Ich fütter einfach mal. Machen wir einfach mal ein bisschen. Und freuen uns daran, dass wir das halt eben so schön machen können. Und gehen direkt mal in das nächste rein. Visit Marshland. Oh. Guck mal. Da haben wir einmal Schmetterlinge. Und wir haben ein bisschen Pferdepup. Sag's mal auf Englisch. Horsepup. Auf Deutsch klingt das so blöd. Auf Englisch klingt Horsepup irgendwie schon fast niedlich. So als wenn es gepupst hätte. Also, naja, okay. Ja, das soweit dazu. Ich werde jetzt mal, damit es ein bisschen schneller geht, hier ein bisschen was noch kaufen. Dann können wir hier unsere Reise vielleicht noch ein bisschen weiterführen. Oh, guck mal. Da haben wir Energie zurückerlangt. Sehr schön. Und können da einfach noch mal ein bisschen weitergehen. haben Deko-Blumen bekommen, was auch richtig cool ist. Und gucken mal bei dem größeren. Aber Schmetterlinge, die auch wieder für die Dekoration sind, die haben wir auch wieder erhalten. Ja, leider kommen wir jetzt gerade hier in der Story noch nicht weiter. Aber, nicht verzagen, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und ich bin gespannt, was dann passiert. Ist ja alles halt eben neu gemacht. Und das werden wir gemeinsam entdecken. Beim nächsten Mal dann auf jeden Fall wieder. Ja, ich zeige euch noch ein bisschen hier meine Herde, die sehr klein geworden ist, im Gegensatz zu sonst, wo ich weit über 50 Pferde hatte. Aber, ja, das Spiel hat mir teilweise meine Pferdchen genommen. War nicht ganz so nett. Ja gut, aber das ist halt eben, dafür habe ich besondere neue Farben bekommen. Und neue Pferdchen. Ja, das sind halt so, ist halt so meine Herde. Und das Fohlen hier ist auch noch dazu gekommen. Übrigens, ja, ihr könnt halt eben auch hergehen und Dekorationen einmal anbringen. Ihr könnt den Ort wechseln. Ihr könnt die Farbe wechseln für 15 Token. Wird halt eben dann eine neue Farbe ausgewählt. Sodass ihr dann letzten Endes auch euer Collection Book vollbekommen könnt. Wobei ich der Meinung bin, dass Wild Horses Valley und, ja, so fleißig sind, dass da halt eben noch reichlich Farben dazukommen, wenn ich alleine hier schon die schönen Farben sehe. Okay, Red Warren, Palomino Tobiano, Champagne. Wow, das sieht cool aus. Chestnut Leopard, Black Tobiano, Baydan Sabino hier, auch eine wunderschöne Farbe. Und das sind die, die ich alle schon im Spiel mal hatte und sammeln kann. Da ist noch reichlich zu sammeln. Packen wir das auf jeden Fall an. Auf jeden Fall geht das da weiter. Genauso wie in der Story. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wie gesagt, Wild Horses Valley nach wie vor eins meiner Lieblingsgames. Und ich schaue da immer wieder rein, was Neues passiert. Und jetzt habe ich gedacht, das muss ich euch einfach mal zeigen. Der ein oder andere spielt sicherlich auch schon. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch mittlerweile spielt. Und, ja, woran ihr am meisten Spaß habt. Dort dekoriert ihr gern eure Pferde oder macht ihr auch gerne die Storyquests. Die habe ich auch ganz zu Anfang ganz, ganz viel gemacht. Da gibt es auch noch Videos zu. Könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr Lieben, bleibt gesund und munter. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.